Derzeit ist das allen Spektakel am populärsten in Dänemark, aber auch sehr viel in Österreich, Deutschland, Schweiz, in Europa unterwegs. Aber nicht nur das, auch im Übersee jeder Traum eines Musikers ist natürlich einmal in der Spielerstadt Las Vegas, wo das Entertainment zu Hause ist, zu spielen. Wir sind in den letzten Jahren jedes Jahr einmal eingeladen für mehrere Wochen hier zu gastieren. Ein paar Eindrücke! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Viva Las Vegas Hier spielt das Leben mit deinen Lichtern, machst du die Nacht zum Tag. Viva Las Vegas 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 Untertitelung des ZDF, 2020